Im März 2018 ist das gesamte Judo-Sternen-Orchester nach Griechenland gefahren. Dort hat es ein Programm erprobt und am Ende der Woche dieses Programm live im Radio vorgeführt. Es war eine besondere Zeit. Nicht nur war es musikalisch ein voller Erfolg, sondern auch kulturell. Nun im September war es andersrum. Das Underground Youth Orchestra aus Griechenland besuchte das Judo-Stern-Institut in Berlin und hat ebenfalls innerhalb einer Woche in Räumlichkeiten der Universität der Künste ein Programm erprobt. Höhepunkt des Austausches war das Abschlusskonzert im Harnberg-Saal der Udeka. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor mehr als einem Jahr kam die Anfrage aus Athen zu einer Orchesterkooperation. Im März war unser Orchester in Athen und nun sind Sie hier. Freuen Sie sich mit mir auf die kommenden zwei Stunden, auf das Kammerorchester Julius Stern, auf das Underground Youth Orchestra aus Athen, auf die beiden Dirigenten Catherine Larsen-McGuire und Kostas Eliaris. Dankeschön. Der Austausch war beidemal wunderbar. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Sponsoren. Auf die beiden Sponsoren sind wir uns bei allen Sponsoren. Ich möchte nur sagen, vielen Dank, das war wunderbar. Und zu sagen, vielen Dank für die kleine Presse für alle. Vielen Dank. Perfect. Wir haben ihn. Cheers! Greetings! Cheers! 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 Good démf1 Witz! Cheers! Cheers! Oh my god, I miss everyone so much already!